Rechnet sich ein Balkonkraftwerk, hier mein Check, erstmal hier zu Anschaffungskosten. PV-Anlage 89 Euro, Befestigungsmaterial 100 Euro, ergibt 1080 Euro, Montage selbst. 800 Watt bringen beide Panels, eingespeist vom Konverter 600 Watt. Das Balkonkraftwerk hat insgesamt ein 800 Watt Panel, Einspeisung 23, der Konverter hat allerdings nur 600 Watt, die neuere etwas mehr. 2023 wurden insgesamt 760 Kilowattstunden eingespeist ins Netz, so werden sie natürlich auch verbraucht worden sind. Der sonnige Septembermonat brachte es sogar auf 93 Kilowattstunden. Über WLAN die Energiemessung zeigt an, zum Beispiel im September 93 Kilowattstunden Einspeisung. Hier mal ein kleiner Ausschnitt vom September letzten Jahres, recht sonnig mit rund 4 kW Einspeisung pro Tag. Bei Schlechtwetter erziehst du im unteren Bereich weniger Einspeisung. Am schlechtesten Schnitt der Dezember ab, siehe grafisch gleich, mit nur 22 Kilowatt Einspeisung. Der Ertrag, wie bereits erwähnt, 67 Kilowattstunden pro Jahr, ergibt ca. 60 pro Monat Einspeisung. Anschaffungskosten rund 1080 Euro, das entspricht 1 Kilowattkosten derzeit rund 35 Cent bei mir. 760 Kilowattstunden mal die 35 Cent sind ca. 251 Euro Ersparnis pro Jahr dank der PV-Anlage. Vorausgesetzt 100% Einspeisen wurden voll verbraucht und nicht ins hauseigene Netz weiter vergeben, sprich eingespeist. Somit kommen wir zum Ergebnis. Die Amortationszeit, 1080 Euro Anschaffungskosten, geteilt pro Jahr 52 Euro, in 23 z.B. Bereits nach ca. 4 Jahren rechnet sich die Investition der PV-Anlage. Voraussetzung bei dieser Berechnung ist gleichbleibend durchgerechnet z.B. 35 Cent pro Kilowattstunden und je nach Orts-, Strich- und Wetterlage, wo die PV-Anlage aufgebaut wurde. Demzufolge muss die Berechnung angepasst werden, falls der Strompreis steigt oder fällt. Mein Fazit zu der PV-Anlage ist, es rechnet sich früher, wenn du selbst die Panels montierst und ein bisschen Handwerksgeschick mitbringst. Hier noch ein kleiner Anblick zu meiner Montage zur Unteransicht. Ausrichtung Süd. Wie bereits schon erwähnt, 25 Grad aus optischen Gründen, weil sich darunter eine Terrasse befindet und ich möchte nicht komplett die Panels von unten sehen. Lasst nur ein kleines Abo da, weite Berechnungen folgen.